hallo und herzlich willkommen zurück zu return to moria jetzt gehen wir uns da der dunkle minenschacht jetzt gehen wir uns die diamanten holen und klettern dabei daraus so die diamanten brauchen war wenn es hier unten keine diamanten gibt war das total sinnlos hier überhaupt was hinzubauen das war echt sinnlos naja was soll's ich könnte doch jetzt mein bier trinken kann ich das trinkt das er kann sogar mit dem krug in der hand kann er klettern nein jetzt hat das immer noch in der hand was sollst du da ran springen machen wir das wenn wir draußen sind ok wie komme ich hier wieder raus wie komme ich denn hier wieder raus bin ich hier eigentlich ganz oben ja bin ich ne ok war das hier lang hier links in die richtung ich bin hier nichts wo ich mich festhalten kann im schatten Ja, wer hätte das gedacht? Aber ich bin ja schon wieder falsch. Wo ab? Und die Richtung, ne? Okay. Nee. Die Richtung, woran das jetzt? Nein, da bin ich ja hergekommen. Ich will da lang. Hä? Was ist hier? Ah ja, okay. Weil das jetzt dunkel ist. Warum ist das dunkel auf der Karte? Wo bin ich? Da. Okay. Durch und dann nach rechts. Hm, ja, alles klar. Diese Viecher, ne? Und machen kann man mit denen gar nichts. Vielleicht kochen oder so. Ah, Pilze gehen mir aus. Okay, sollte ich mal mitnehmen. Halt's. Was ist das? Was ist das? Silbererz, okay. Aber Granit könnte ich noch mitnehmen. Menno. So, wieso krieg ich jetzt hier Sachen abgezogen? Ich glaub's nicht. Wo kommt ihr denn jetzt her? Ich brauche eine bessere Weapon für das. Das ist alles, was ihr habt? So, jetzt aber. Au! Mhm. Auch ich nahm's gar nicht. Wo war dann das jetzt? Äh. Wo war denn das? Geht's du in einer? Ne, da ist es doch. Gleich ist ja dahinter auch noch. Ne, da ist Silber. Okay, ist egal. Wir machen das trotzdem. Wir brauchen mehr Granit. Kein Silbererz, wenn es geht. Das ist Silbererz, okay. Obwohl, was man hat, hat man, ne? Ja, ja, sie hat einen furchtbaren Tag. Da hat er doch kurz den Text vergessen. Ei, äh, ja, ja. Wie cool. Hau, das ist doch kaputt. Fast es nicht. Oh, da ist noch. Komm schon. Hudelwaren, das muss doch jetzt schneller gehen. So, okay. Jo. Passt ja jetzt was ins Rucksäckchen drin. bisschen Fleisch. Gerne. Witzel. Naturfaser, Naturfaser, was haben wir hier? Silbererz, okay. Brauche ich eigentlich gar nicht. Oh, was soll's. Oh, wir haben keinen Buddelwaren mehr. Ja, komm, wir müssen Statuen reparieren. Äh, nein. Nicht da rein. Äh. Hier rechts rum. Da lang. Naja, es sieht so aus, aber hier ist gar kein Durchgang, ne? Nö. Das nochmal Silber. Hier ist Silber. Und Granit. 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 So, was haben wir dann eigentlich, äh, gebraucht, um die neuen Waffen herzustellen? Brauchten wir dann nicht nochmal eine neue Schmiede? Oder wie war das? So, jetzt hier. Rechts rum, ne? Ja. Und? Geht's hier lang? Geht das lang, ja? Hier müsste auch gleich ein Kartenstein kommen. Und das ist der Kartenstein von... unten, ne? Jo. Obwohl ich nicht weiß, warum da noch ein Kartenstein ist. So, wir gehen nicht auf zu... Oh, wir gehen zu den Minen zurück. Okay. Das rumpelt. Können hier drinnen mal ausleuchten. Wie wär'n das? Da haben wir hier irgendwas, was da reingehört. Ähnliches. Einlagern. Ja, das brauch' ich aber. das äh... Garnit... Stein... Ja, ich pack's mal da rein. Ah, der Stein. Dann weg. Ochs... Ochs was? Äh, Silbererz. Wo sind meine Diamanten? Da. Okay, die kommen... Dahin. Dahin. Das bisschen Kohle kann raus und das kann raus. Sonst noch was? Das Holz. Onyx war, glaube ich, hier drin. Da kann ich ja ähnliches einlagern machen. 30 Silbererz. Hätte mich auch gewundert. So. Der Code. Dann nochmal die Kohle. Auch was voll. Dann kommst du dahin. Dich und dich brauche ich immer. Silbererz und Silbererz. Nee, dann war es einen daneben. Da war es doch. Zack. Zack. Was haben wir noch? Ignorzkonit. Nehme ich mit. Giftpilze und Fleisch. Giftpilze und Fleisch. Wir haben es Nachmittag. Okay, wir können gucken. Kann ich hier Lämbers anlegen? Äh. Kann ich sogar... Wo habe ich denn Lämbers her? Äh. Ereports sägen. Okay. Weiß nicht. Und hier. So. So weit, so gut. Jetzt bauen wir uns noch ein Würstchen rein. Äh. Wird nicht ganz voll, ne? Okay, gut. Und dann gucken wir mal... Ähm. Warum ist das hier so dunkel? Moment mal. Weil sich das Spiel immer irgendwie nach dem Neustart umstellt. Deshalb. Nachmittag. Lämbers ist am Start. Komm. Dann gucken wir mal. Wo waren denn die Statuen? Kartenstein, die Ostbastion. Oder Kartenstein, Stadt der Zwergenbinge 1. Haben wir dann hier noch? Das geheime Grab der Könige. Da müsste ich nochmal hochlaufen, ne? Ähm. Ähm. Das geheime Grab der Könige. Da habe ich einen Kartenstein? Warte mal. Den muss ich mir angucken. Weiß ich gar nicht mehr. Ach, das Ding. Okay. Können wir abbauen, ne? Wo haben wir denn Diamanten? Und dann geht es wieder Richtung... Ja. Wo ist jetzt die nächste? Er muss doch noch irgendwo... Hier, den kann ich auch nicht abgeben, ne? Leere Nische. Ja, da sollte eigentlich der Stein hin. Das Spiel ist doch noch nicht fertig. Also. Glaube ich nicht. Oder den Stein habe ich noch nicht gefunden. Ne, den habe ich auch noch nicht gefunden. Habe ich das Onyx? Ja, das Onyx habe ich weggesetzt. Ah. Ging hier durch? Und da muss irgendwo noch so ein... Doch, das ist kein Giftpilz. Ah, okay. Gut. Schon wieder. Warum? Müdigkeit. Ja, später Nachmittag. Ich gehe ja schon nach Hause. Aufzug unten. Nee. Wo ging es hier raus? In der Schmiede haben wir noch einen... ...den Kartenstein, glaube ich. Ist das hier in der Nähe? Ähm. Okay, Müdigkeit ist nicht gut. So. Hallo? Hier hatte ich mir ein Lager aufgebaut. Glaube ich mal. Was ist das? Eisenerz. Da brauchen wir nicht hin. So, jetzt sind wir in der Schmiede. Wo ist hier der Kartenstein? War doch auch ein Kartenstein. Hallo? Da. Sehr gut. Okay, den lasse ich aber auch hier, ne? Aber wenn ich doch schon mal da bin, kann ich doch mal gleich gucken. Was ich hier so basteln kann. Wille-Gust-Eli-Bade. Ähm. Grad drei. Zwei-Handy. Wille-Gust-Stiefel und so habe ich hier, ne? Und nur Hammer-Brecher. So. Nichts Neues. Wo ich dann den Kartenstein? Ich lasse den mal besser hier. So. Gehe mir da zurück. Das wird heute aber mal wieder, äh, wo wollte ich denn eigentlich hin? Erschöpfen. Guck mal, ich spähe da nachmittag. Ich muss ins Bett. Ich muss ins Bett. Ähm. Wir machen uns noch ein paar, hier so Beton. Reichtstück. Da ist aber Fleisch schnell weg. Honigkuchen. Um etwas Leben. Honigkuchen. Brügelfleisch. Um etwas Leben. Na gut, ich brauche aber drei Fleisch, ne? Drei Lichtäpfelzolle habe ich nicht mehr. Drei Fleisch auch. Honigkuchen. Ja gut, so lange habe ich umsonst. Ja gut, mach mal. Mach mal ein paar Honigkuchen. Hm, kein Hafer mehr. Das ist hier jetzt Hafer. Obwohl jetzt eh zu spät, ne? Nee, jetzt habe ich ja schon angesetzt. Okay. Nein. So. Genau. Ich wollte das andere gucken. Hier, was haben wir denn hier? Ich kann jetzt machen, eine Wandhalterung? Oh. Rüstungsständer? Wann habe ich das denn gekriegt? Rüstungsständer, Wandhalterung. Und Waffenständer? Hm, hm. Aber wo kriege ich das hier hin? Wo kriege ich das hier hin? Okay, das ist natürlich jetzt echt doof. Was ist denn da drin? Rüstungen. Okay. Rüstungsständer. Ja, ich baue mal einen Rüstungsständer. Wo ist er denn? Rüstungsständer. Holzstücke und Eisenbahnen. Okay. Ähm, ich brauche aber eigentlich drei Rüstungsständer. Kann ich die nicht an die Wand packen? So, irgendwie? Nee. Das ist schade. Gibt's hier vielleicht sowas wie... ne, kleiner Steinblock? Oder Steinbarriere? Steinbodenfliese. Was ist die denn? Ah, okay. Das würde gehen. Äh. So. Okay, aber, ähm... Na gut, ich guck's. Ich guck's mir an. Wo ist das? Äh, Rüstungsständer. Kann ich den da raufpacken? Kann ich sogar. Warte. Äh, nee, nicht wirklich. Die Dinger sind irgendwie falsch. Mist. Äh, nicht das Ding. Blasebalk? Nein. Kleines Steinfundament. Jo. Und? Nein, nicht Blasebalk. Kleines Steinfundament. So, kommt weg. Und dann noch mal... so ein... Steinbodenfliese da ranpacken. Kannst das nicht? Wie kann ich das denn ausrichten? Gar nicht, ne? Nee. Ich krieg die da nicht ran. Mann! Mann! Was ist jetzt kaputt gegangen? Äh, hab ich jetzt irgendwas kaputt gemacht, was ich brauch? Nö. Wo ist denn hier Platz? Wo kann ich das denn... Hier in die Wand? Warte, ich guck. Steinbodenfliese. Ein bisschen tiefer vielleicht. So? Ja. Jetzt will das hier nicht... nicht mehr ranpacken. Oh, Mann. Fast nicht. Okay. Kleines Steinfundament. Jups. Und? Nee, nicht Werkbank. Nein. 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 So. Ja, wieso geht das jetzt kaputt? Mann! Ich will doch nur... so ein Ding da hinstellen. So ein Rüstungsständer. Nee, tut er nicht. Vielleicht. Oh, ist das eine Fummelei. Dahin. Schwebt der? Nee. Schwebt nicht. Okay. Ein dahin. Ich noch einen hin. Ja. Okay, das ist doch schon mal was, ne? So. Warte. Das ist hier... Erebor. Also Erebor. 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 Und Erebor. Okay. Das hier ist... Erebor Ketten. Das ist auch alles Erebor. Okay, ja, stimmt. Ich hatte mir ja zwei gebaut. Okay. Und das hier ist... Eisenberger Rüstung. Okay, die gibt's auch noch. Okay, Eisenberge. Dann gehört das hier... zu Eisenberge. Äh... Und... Das war das Schwert davor. Äh... Nee, das gehört... Doch, das gehört zu Eisenberge, ne? Das ist Eisenberge, das ist Eisenberge. Und das hier ist Schild des letzten Bündnisses. Das kommt dann... hierzu. Und die Waffen... kommen da auch... Glaub ich mal. Ne? Und... haben wir noch irgendwas Eisenberge- mäßig... äh... Jo... Das Ding... Und ich glaub... das Ding. Okay. Brauch ich noch... Mh... Warte mal. Rüstungsstinder... Nicht nehmen... Öffnen... So... Eisenberge... Helm hatten wir ja am Anfang nicht, ne? Eisenberge und Schuhe hatten wir auch nicht, ne? So... So... Nicht ausrufen... Und... Hummelei... Öffnen... Erebor... Erebor... Ere... Ne... Erebor und... Erebor... Okay, jetzt hab ich noch... Nochmal... Erebor... Aber das brauch ich ja im Moment nicht... Aber ich baue mir hier jetzt noch ein paar von diesen... Wandhalterungen hin, ne? Warte mal... Wandhalterungen... Kommt mal... Ja, super... Ich komm nicht nah genug ran... Oder... Doch... Warte mal... Ne... So... Aha, okay... Ähm... Da hin... Da hin... Da hin... Ja, okay... Nicht schön, aber... Funktional... Da hin... Also zwei Waffen da... Drei Waffen da... Und ein Schild... Und die... Rucksäcke... Warte mal... Hatte ich hier nicht noch einen Rucksack liegen? Oh ne... Der liegt glaube ich oben, ne? Die Rucksäcke... Kommen dann hier hin... Kommen dann hier hin... Na, komm... Oder was weiß ich, was da hinkommt... Könnt ihr das Schild aus der Mine holen? Das wäre eine Idee... Okay... Das machen wir dann aber an andermal... Das jetzt... Das dauert zu lange... Okay... Gut... Dann kommt hier... Nicht Rüstungsständer... Äh... Rüstungsständer... Rüstungsständer... Ist das nicht im Ernst? Da war es ganz kurz... Da war es ganz kurz... Ich komm da nicht ran... Doch, da komm ich ran, warte... Nein! Das ist zu niedrig... So, jetzt komm ich aber doch ran, oder? So... Öffnen... Nein, öffnen! Okay... Äh... Bogen... Schwert... Okay... Und Schild... Oha... Das passt jetzt nicht mehr... Äh... Nein, nicht nehmen... Ist nicht wahr... Jetzt hab ich mein Schwert da reingepackt... Ist das das... Ne, das ist doch mein Schwert... Ne, das Schwert muss da hin... Ah... So... Öffnen... Das Schwert kommt da rein... So... Okay... Dann die Wandhalterung... Öffnen... Da käme dann... Das Ding... Und... Hier oben kommt... Wenn ich denn rankomme... Nee... Nicht Rüstungsständer... Das hab ich aber echt doof gebaut... Äh... Öffnen... Ähm... Das könnte aber auch... Ja... Das könnte eigentlich... Wo hab ich denn jetzt das andere... Schild hin gemacht... Das kommt da hin... Ja... Das Schild... Ist das noch hier drin... Da, ne... Ja... Ist das... Das Schild kommt dann da hin... Und zwar... Zu dem Bogen... Ne... Das ist ja ein Waffenständer... Waffenständer... Ne... Waffenständer mach ich glaube ich extra... So... So... Okay... Kletter da hin... Und mach hier... Öffne... Äh... Wandhalterung... Öffnen... Das raus... Schild drin... Ja... Okay... Da ein Schild... Da ein Schild... Das ist okay... Dann kommt... Geht das Schwert nochmal raus... Schwert raus... Und da ist Schild drin... So... Und dann baue ich mir hier irgendwo noch... Einen Rüstungsständer hin... Und zwar... Gute Güte... Waffenständer, ne... Waffenständer... Irgendwie... Hier hin... Ja... Ich stelle mir hier alles zu... Da kommt denn der Waffenständer hin... Hier ist das Bett... Äh... Kommt... Dann kann man ja hier vorstellen, ne... Da einer hin... Hier einer hin... Okay... Sehr gut... Da kommen die Waffen drin... Die ich nicht mehr brauche... Also... Sprich... Das Ding... Das Ding... Das ist von... Stufe 1... Und dann nehme ich hier noch raus... Äh... Ich glaube... Das ist auch Stufe 1... War da Stufe 1... Das war... Stahlspitzhacke... War Stufe 1... An... Ja... Die Schwerter eigentlich... Aber... Jetzt habe ich hier oben... Den... Hammer drin, ne... So... Der gehört da nicht hin... Der Hammer... Muss... Hier hin... So... Das war der Hammer... Wo ist er? Wir sind jetzt schon wieder mit... Mit... Super duper... Gutes Schwert hin... Wird hier noch bekloppt... Öffnen... Das hier ist... Stufe 3... Das hier ist... Stufe 2... So... Stufe 3 bleibt... Das ist auch Stufe 3, ne... Haben wir hier noch Stufe 2... Wir haben noch 2 mal Stufe 2... Stahlspitzhacke... Ja komm... Damit es schön aussieht... Machen wir das so... Okay... Und der ist auch Stufe 2... Packen wir da drin... So... Ne... Machen wir hier alles schön drin... Der Rucksack... Der Rucksack... Den wollte ich doch auch noch... Irgendwie... Rucksack wechseln... Alles klar... Und dann... Kommt er hier oben hin... Und zwar... Da hin... So... Dann ist er unter... Perfekt... Okay... Das hat jetzt ewig gedauert... Aber... Sollte ich wirklich hier mal ausleuchten, oder? Dort hieß die Dunkelheit... Jetzt schlafen gehen... Das vielleicht nicht unbedingt das Beste... Ja... Guck mal... Hier sieht man das schön, ne... Den hier hab ich noch gar nicht eingefärbt... Okay... Schilder... Waffen... Rucksäcke... Dann geh ich den anderen Rucksack... Irgendwann nochmal holen... Und dann kommt er da hin... Okay... Gut... Dann... Bedanke ich mich fürs Zuschauen... Wir sehen uns dann morgen wieder... Gehabt euch gut und... Tschüss...